Auf der einen Seite, darüber reden wir auch oft, ist es einfach besser, sozusagen die Verantwortung für die individuelle Person zu übertragen, weil dann kann ich mit einem Time-Blocking-Prinzip arbeiten, wo ich dann, wie du es auch schon gesagt hast, dann reflektiere ich auch vielleicht für mich selber mit, naja, welche Prozesse sind mir locker von der Hand gegangen, wie kann ich mich vielleicht besser konzentrieren, wo kann ich vielleicht Deep-Work-Phasen einbauen, wo brauche ich noch Austausch mit anderen Menschen aus dem Team, wo brauche ich Unterstützung, wo dann, wie du auch gesagt hast, die Kommunikation und das Vertrauen sehr wichtig ist, weil dann kann ich in den Punkten zu meiner Führungskraft gehen und dann um Unterstützung bitten, das heißt, da ist das Empowerment und das Verantwortung übergeben wieder auf dieser individuellen Ebene angekommen.